Michael Wendler macht aktuell mit seiner neuen Liebe von sich reden. Die 18-jährige Schülerin Laura soll das Herz des Schlagersängers erobert haben, doch im Leben des 46-Jährigen gibt es noch eine andere junge Dame, Tochter Adeline. Die ist mittlerweile 16 Jahre alt und genauso musikalisch wie ihr berühmter Papa. Nach der Trennung der Eltern Ende 2018 lebt sie weiterhin in den USA und lässt ihre knapp 10.000 Follower auf Instagram gerne an ihrem Leben im fernen Florida teilhaben. Neben unzähligen Selfies und schicken Outfits finden sich auch gemeinsame Fotos mit Papa Michael auf ihrem Account. Hinter jeder großartigen Tochter steht ein wirklich toller Vater, schreibt die hübsche Blondine zu dem Foto. Glücklich strahlen Michael und Adeline Seite an Seite in die Kamera. In der Sat.1-Doku-Soap der Wendler-Clan steht die kleine Tochter von Schlagerstar Michael und noch Ehefrau Claudia auch schon vor der Kamera. Mittlerweile ist Adeline ganz schön erwachsen geworden. Ob sie die Neue ihres Vaters wohl schon kennengelernt hat? Zumindest folgen sich Adeline und Laura gegenseitig auf Instagram. Und wer weiß, vielleicht werden aus den beiden mit der Zeit ja sogar richtig gute Freundinnen. önlich gehen